bismillahirrahmanirrahim, 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 Abou Sultan, Khasmini-Therapie, haben wir hier einen guten Mann, Chemo, Chemo-Therapie, und der ist auch aus Kosovo, welche Stadt Kosovo? Lieblan, 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 Lieblan Kosoviano, und inshallah, der hat, du selber erzählen, was hast du Probleme? habe ich so mit Bandscheiben beider Seite, links und rechts, und hier, die Säule, habe ich, tut weh und mit Füße, so sieben Jahre, wie einer am Facebook gesagt, Schrott Albana, Schrott, ich muss testen jetzt, bismillah, gucken, wie aussieht, schmerzen da, sag Allah, ich muss die Leute nicht sagen, für euch ein Video machen, nein, Bruder, meine Familie wissen alles, weil ich bin so, Dass ich kommunAAAA的 Olivine suchen, was mit着 die Leute kommt, dass ich unbedingt clutch habe. Das macht mich immer suggestions. Ich sollte noch Colonien sagen. Das macht mich auch immer vorbei. 博st vieles Informationen, die alles dest wording geht, ist das ist, wir euch, nehmen wir die Leute, um die Leute zuvor, ist es wernen. Was wird aber etwas passiert, keiner? Schlüsselsthemen ich habe mir Filme großen Ballot und ich mache immerो ans geenheid, nur ich habe mir vor, muss das serabedet werden. Ich habe Aufmerhausen viele Menschen zuhange dreams, Eimer und folgen. Du hast es immer gut gemacht. Nein. Kannst du dich an deinen Schrauben? Ja. Das ist das ein Schrauben. Und du sagst, wie viele Prozent das ich die Menschen sagte. Wie geht es? Du sagst auf die Kamera. Wie funktioniert es? Wie funktioniert es? Du sagst. Nein. Nein. Du sagst, wie du sagst. Du sagst, wie du sagst. auch schöne video ja wie lange ist das so schmerzen und sieben acht jahre jahre immer spritzer immer kennst du nicht aus dem von sieben acht jahren ja habe ich gefunden einen monat viel schlafen hast du noch nicht ihren oren zu? die zungen musst du mal probieren der ist gut und gesund das problem macht immer die oren ziehen der eine andere sagt ich weiß jetzt warum meine oren ziehen aufstehen mach mal so locker lassen zusammen rein richtig rein lass mich nur meine hände rein lassen mich nur setzen allah du hast gesagt du hast diese hände schmissen ne? bismillah gucken 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 sagen ja sagen ja ich schmeißen soll ich schmeißen auch ja schmeißen mit gar nicht schmeißen bis jetzt alles für ein solit alhamdulillah jetzt hier musst du mal die Bandscheibe unterfüllen ja und hier ne gut du sitzt da und dann komm nach vorsicht du schlafen da auf dem bauch vorsicht bearbeiten nicht gut Hände zurück bam komm so ne ich drücke immer tief locker immer Luft auf nehmst du da ja ja locker 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 du hast hier proves in der mitten oder masent? oder die beide seiten locker lassen locker nessa da alkoholf jetzt in der seite schlafen in der seite hier gesicht bei mir richtig nach vorne kopf nach dach kopf nach dach und genau gleiche jetzt ich schicke dich nach kosovo jetzt gehst du nach kosovo kaffee trinken mit gesundheit inshallah ich muss bis unten schaffeln ganz ganz unten brauchst du keine angst weißt du auch hast du was sehr gesehen auf die straße hast du bei stelle gesehen so alles zu weh nicht ausmachen soll ich spreche die alte kossovianer alles gerissen was hier auf alle ganzen dann ist gut dann ist gut ich muss auch stehen aufstehen und alles erzählen muss nicht lange viele video machen ganz genau der das kate kate und tschungo konnte man kann man mal ob du abu sultan abu sultan abu sultan abu sultan jetzt noch mal auf deutsch von banscheibe wer ist unsere leute oder deutsche kam er hier bei ausländer ich mache wirklich alles gesundheit nicht fertig als kaputt er war richtig genau diese mann hierbei probleme schulter schulterblatt hier die schulter von da alle schmerzen bei der schmerzen schmerzen des oberalls ist kaputt ich glaube vielleicht vielleicht will noch vielleicht auch so was erst mal gucken inshallah alles gesund für manche leute viel ein terapie zwei therapie drei therapie manche leute aber gesundheit kommt nur von gott nur von allah taala ich mache nur meine arbeit halal und korrekt ich mache keine so und so meine arbeit nur korrekt ich arbeite und ich habe diese mann gesunden alte kosovo jana alte bock der ist gut inshallah abu sultan muss auch sagen du musst sagen chaschnie terapie chaschnie terapie chaschnie terapie chaschnie terapie ok alles klar salam alaikum alaikum alaikum